Der Mann mit dem weitschriebenen Wandel übereist, ein großer Eis und Kuchenkünstler, doch ein böser Zauber, Plastertoff, auf dem Eis kommt er noch böser voran, sein Zuland zur Kraft der Evolente wurde zerstört. In Ammonia glaubt er den Menschen gefunden zu haben, der ihn von seinem Fluch erlösen kann. Wird Ammonia mit Hilfe der Elemente des Reichs offen erlernen? Und so trifft sie, auch nach dem Element Wasser, auf das Element Holz. Mein Lieblingshaben, Torst, Plaster.